Norddeutscher Rundfunk 2021 Hier wieder einige Lagerlustigen Nachtgegaradfahrer Getroffen Tatsächlich auf dem Berg und im Tal Überall sind sie unterwegs heute Wir sehen diese flotten Maschinen Wie viele Kilometer haben sie heute zurückgelegt Schätzungsweise Fünf Wer bietet mehr Zehn Ich würde so um die acht schätzen Kommt hin, genau Hallo Wuttler Brian Hallo Haben Sie einen Nachtführerschein dabei? Ja klar Welches Ticket fahren Sie regelmäßig? 41 Euro Ticket Obicard Zeigen Sie mir Zeigen Sie mir einen Fahrradführerschein Allgemeine Verkehrskontrolle Ja Allgemeine Verkehrskontrolle Der Weg ins Lager ist weit Aber unsere tapferen Krieger Sind bereit diese Nacht zu überstehen Viele Wolken sind schon Am Himmel durchgezogen Die Sterne leuchtet uns jetzt den Weg Und der Wind gibt uns Rücken-Power oder Rückenwind dazu Stimmt Uble, wir können ja die Fahrräder hier lassen Ja und dann schlafen sie auf der Straße ein Ich hab gesehen Ich hab gesehen Ich hab gesehen Diese Geräte Oh Uh Ok Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So wie wir gekommen sind, Los Play, Lichter aus, weil Nachbarn kucken. So wie wir kommen, Los Play, Lichter aus, weil Nachbarn kucken, Los Play, Lichter aus, weil Nachbarn kucken. Schade, die Mission ist leider gescheitert. Wer weiß eine Lösung aus dieser Mission oder aus diesen Nachtspektaklen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gott, sie wollen wir weiter.